leer entdeckt für sich einen neuen platz tatsächlich ist das mehr oder weniger das katzenzimmer ich habe hier noch nie gesehen also das waren immer die kitten mit nur k und er hat sich für das zimmer nie interessiert jetzt auf einmal sitze ich auf der couch und putze sauber das gibt es doch gar nicht also sie entdeckt für sich nach wie lange haben wir sie schon mindestens halbes jahr wenn ich länger jetzt entdeckt sie sich so langsam neue ecken für sich den keller bist du öfters gewesen die schnur direkt raus ja nur kurz anfassen die schnur direkt das liebt sie ja das liebst du hier dass man nicht ein bisschen kraut sie möchte wissen was hier los ist komplett neues zimmer für sich entdeckt so im keller war sie schon öfters da geht sie gerne hin steht auch das katzenfutter unten da ist ja schnell dabei aber hier habe ich sie noch nicht gesehen hey wem suchst du wem suchst du meine kleine wem suchst du was ist dahinter der couch was ist denn da riechst du andere katzen da oder was ist da leer sie hat sich einen neuen platz entdeckt jetzt für sich einen neuen platz entdeckt ich denke mal hier wird sie nächste zeit gerne jederzeit verbringen hat sie viel platz kann sich ruhe antun kann sie die couch kratzen wenn sie möchte das stört kein alte couch für katzenkran genau geeignet das hält die couch schon aus dafür habt ihr einen wunderschönen platz hier der findest du es hier du magst du magst das lass dich mal genießen